Für die Modernisierung und Erhaltung von Gebäuden und Infrastruktur müssen vollständige Daten zum aktuellen Zustand vorliegen. Hierzu werden heutzutage digitale Bauwerksmodelle als Informationsquelle genutzt. Für den Bestand gibt es jedoch nur in Ausnahmefällen solche digitalen Modelle, sodass diese erst aufwendig erstellt werden müssen. Im Rahmen von BIM-Kit wurden deshalb KI-Verfahren entwickelt, die Bestandsmodelle für den Hoch- und Infrastrukturbau automatisch generieren können. So wird der Aufwand zur Erstellung von Modellen erheblich reduziert. Außerdem können auch bereits bestehende Modelle einfach und effizient mit Bestandsdaten angereichert werden. Der Vorteil, Bauprojekte im Bestand werden schneller digitalisiert und damit auch schneller umgesetzt. Doch wie genau funktioniert die neue BIM-Kit-Plattform? Zunächst können verschiedene KI-Dienste ausgewählt und flexibel miteinander verkettet werden. Dann werden Dateien und Dokumente wie 2D-Pläne, Fotos und Punktwolken auf die BIM-Kit-Plattform hochgeladen. Durch das Ineinandergreifen von KI-Diensten und Expertenwissen entsteht schließlich ein digitales Bestandsmodell, das in einem offenen Datenaustauschformat ausgegeben wird. Nutzerinnen und Nutzer gelangen so in wenigen Schritten zum BIM-Bestandsmodell des jeweiligen Bauvorhabens. So kann im Bereich Hochbau die Wartung von TGA-Elementen sowie die Optimierung des Flächennutzungsgrads von Gebäuden effizienter geplant werden. Im Bereich Infrastrukturbau hingegen kann eine effiziente Erhaltungs- oder Abbruchplanung von Brücken durchgeführt werden. Wir haben in BIM-Kit zahlreiche KI- und Integrationsdienste entwickelt, die erstmal einen Fokus darauf setzen, einzelne Datenquellen auszuwerten. Das sind ganz verschiedene Datenquellen wie Dokumente, Fotos, Punktwolken und diese daraus extrahierten Informationen sind erstmal noch relativ datennah dargestellt. Die weitere Herausforderung, die gelöst werden muss, ist, diese Informationen zusammenzuführen in ein konsistentes Gebäudemodell und dies haben wir im Demonstrator-Hochbau für vier Beispielanwendungsfälle implementiert, die dann eben Prozesse bilden, die mehrschrittig einzelne Dienste nutzen, um eben einen solchen Fall zu lösen. Und die entstandenen KI-Lösungen erlauben jetzt Prozesse für die Digitalisierung von Gebäuden zu automatisieren, was eine Optimierung der Prozesse für die Praxis bedeutet. Und hier können wir eben diese Mammutaufgabe mit KI unterstützen. Auch im Infrastrukturbau spielt BIM-Kit aktuell eine sehr, sehr große Rolle, da die Datenvielfalt und Diversität sehr, sehr groß ist. Und auch im Infrastruktur-Demonstrator haben wir vier Serviceketten entwickelt. In der ersten Servicekette lokalisieren wir Schäden auf Bildern und übertragen diese in ein BIM-Modell. In der zweiten Servicekette haben wir aus unstrukturierten Daten strukturierte Datensätze abgeleitet, Pläne georeferenziert und automatisch BIM-Modelle erstellt. In der dritten Servicekette wurden daraufhin verschiedene Bauteile und Informationen aus Punktwolken abgeleitet und in das BIM-Modell überführt. Und im vierten Anwendungsfall, in der vierten Servicekette, wurden Materialitäten aus Panoramabildern abgeleitet, welche später in das BIM-Modell übertragen wurden, um Anwendungsfälle wie die Schallberechnung ausführen zu können. BIM-Kit hat einen sehr, sehr wichtigen Part in der Bauwirtschaft eingenommen, da BIM-Kit als eine der ersten KI-Projekte gezeigt hat, wie ganz klassische Grundlagenforschung auch auf konventionelle Branchen wie die Bauwirtschaft übertragen werden konnte und anhand der Demonstratoren nachgewiesen hat, wie diese auch in Zukunft produktiv genutzt werden können. Die Sicherheit und Souveränität der verwendeten Daten müssen durchgehend gewährleistet werden. Hierzu können die Ansätze von GAIA-X verwendet werden. Das Ziel des Projekts ist dazu beizutragen, die Entwicklung von datengetriebenen Geschäftsmodellen zu erleichtern. Und wenn wir in Deutschland und Europa mittel- und langfristig wettbewerbsfähig bleiben wollen, vor allem in Bezug auf die Nutzung von Daten, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Daten auf eine vertrauenswürdige, nachvollziehbare Art und Weise verarbeiten können. Das ist ganz wichtig für vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, weil es da ganz viel um geistiges Eigentum geht. Und da möchte GAIA-X eine Alternative bieten, wie man eben souveräne Datenstrukturen aufbauen kann. Das nennt man dann Daten-Ökosysteme. Und GAIA-X und BIM-Kit gehören zusammen, weil es ja auch hier darum geht, dass viele Gewerke miteinander zusammenarbeiten. Und ich glaube, da ist das Thema Datensicherheit sehr relevant. Dadurch, dass wir in BIM-Kit ein digitales Ökosystem auf Basis von GAIA-X zur Verfügung stellen, können die Nutzer ganz individuell für ihre Projekte die richtigen KI-Dienste auswählen. Und ich glaube, wir haben es geschafft, in BIM-Kit nun auch erstmalig wirklich komplexe KI-Dienste zu entwickeln, die in die bestehenden Arbeitsprozesse integriert werden können. Und dadurch haben natürlich jetzt alle Anwender die Möglichkeit, ihre Bestandsmodelle schneller und auch umfassender zu erstellen. Im Bauwesen verarbeiten wir täglich Unmengen von Daten. Und das passiert heutzutage immer noch manuell. Und ich glaube, dass wir im Rahmen des Forschungsprojektes jetzt die ersten Schritte entwickelt haben, um KI-Dienste auch wirklich in die Praxis zu bringen. Und ich glaube, auf Basis der Ergebnisse können jetzt auch andere wiederum weitere KI-Dienste erarbeiten und umsetzen, sodass wir hier wirklich die Arbeitsprozesse im Bauwesen grundlegend verändern können. BIM-Kit – ein zukunftsweisendes Ökosystem für das Bauwesen, welches mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine zeitsparende Erfassung von Bestands- und Zustandsdaten von Bauwerken ermöglicht. Und so unmittelbar die KI-Strategie der Bundesregierung sowie GAIA-X unterstützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017